Musik Organisiert euch, wie immer ihr wollt. Bildet Gruppen, kommt irgendwie zusammen und sorgt dafür, dass das wahr wird. Das ist eine Generationssache. Wir müssen es wahr machen. Hallo? Also wird Bucharest selbst meinen Job machen, sodass ich einfach mit dem Rest der Welt entspannen kann? Oder muss ich noch weitere 20 Länder machen? Also, wenn Bucharest selbst es für uns alle wahr macht, uns alle, Wenn ihr es wahr macht, kann ich ein bisschen leichter fahren. Hallo? Werdet ihr es wahr machen? Applaus